Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenchu Fatal Shadows Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier mit der Ayame in diesem House-Level Und da haben wir jetzt für die Ogin, die Ogin haben wir da befreit, also der Chef von der, hier, von der Rin Und ja, dann würde ich sagen, geht jetzt weiter mit Kapitel 12, 2, Tenchu Kurenai Alles klar Und sie rushes to Ogin's side, but a moment too late A note leads the way to a playhouse in Iwatsu Thoughts race through her mind Her legs move quicker Faces peer and fade Ayame, the elders, Utaba and Hitoha Ogin, Zenosuke, Kichigoro But one face crowds her thoughts The face with one eye The face belongs to Juzo of Uroya Juzo will cover the world in black Rin stains the earth in red The land is already blackened with his taint No longer Black will give way to red Thick, bright crimson pouring from his veins Ah ja, okay Sehr kryptische Cutscene wieder Aber jo, Freunde, würde ich sagen Wir spielen jetzt hier mit drin Und, ähm Ja, wir haben hier Giftpreis zur Verfügung Den würde ich definitiv mal nehmen Da würde ich sagen, bevor wir jetzt hier lange rumreden Starten wir aber direkt mal die Mission So, Tenchu Fatal Shadows Das heißt jetzt echtes Level So heißt das Level Krass Die Korea dürfen nicht überleben Deine Skills werden getestet Okay Krass Oh Ogin? 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 Ogin, hang in there You'll, you'll, you'll be alright A little scratched like this ain't gonna kill me Did you meet the contact? Yes He's the one who told me to come here Of course Ogin? What is it? I told you that I was out for revenge, right? Against the people that burned your village I found them I found the people who killed my family But I don't know what to do I've been waiting for this for so long And now I Help me up Schöne cutscene You are an assassin of the Benia The Benia do not kill out of grief or anger Yes I know that Rin I have a job for you It's very important The job is tonight The mark is one Juzo And his clan What? Rin You make sure and finish this Schöne cutscene Freunde Ach, was macht das Spaß Wenn das mal nicht hängt Hier die cutscenes Dafür hängt das Spiel wieder leicht Ähm Ja Oh, cool Wir sind jetzt wieder hier In so einem schönen Dorflevel Nehme ich mal an So sieht's So sieht's zumindest aus Ja So, da oben kann ich drauf Alles klar Ja Wir sollen Moment Ich mach jetzt hier nochmal ganz kurz das Pausenmenü auf Wir sollen Juzo platt machen Ach du Scheiße Freunde Das wird heftig Da unten ist auf jeden Fall einer Okay Gut Äh, wie mach ich das jetzt am besten? Ja, es geht hier direkt weiter Okay Gut Äh, würde ich mal sagen Schmeiß mal den Giftreister hinten hin Und lass den den gleich mal Essen So Alles klar, Freunde Weil ich probiere jetzt mal mich hier wie so ein Ninja zu bewegen Obwohl Obwohl wir rinnen Wie wir Äh Jetzt Jetzt wissen Ein Assassine ist Kein Ninja Okay Interessant, Freunde Interessant Und Ja, das Level hier Sieht auf den ersten Blick nicht so schwer aus Aber Danger of Fatal Shadows ist das immer so eine Sache So, ich muss jetzt erstmal warten Bis der Gegner den Giftreist anvisiert Den ich ihm genau da hingeschmissen hab Dieser grüne Punkt da Und Ja Geht der gleich hin wahrscheinlich Ne, er sieht den gleich Ich kann ihn natürlich Da ist der So Der hat wieder eine Kindermaske auf Ja, der geht leider nicht den Giftreis essen Das ist das Problem, Leute Oh Mauszeiger So, oder Geht der jetzt den Giftreist da essen Nein, geht der nicht Das ist doof Das interessiert den nicht Okay Ich hab nämlich Angst, dass da noch einer irgendwo ist Ne Ja, was macht er denn jetzt da Gut, ich warte einfach, bis der wiederkommt Und ja, solange hab ich doch Zeit mir hier Ich hab mir ein Kalkgetränk geholt Mal ein Schlückchen von zu nehmen So, Leute Gut Bin ich mal gespannt, ob der jetzt Auf den Giftreist zugeht So Ah, spielberuhig dich Geht der da hin? Da ist noch eine Seht ihr das? Da ist noch ein Gegner Ah, ich verstehe Okay Ähm Wie macht man das? Wie mach ich das jetzt am besten? Ich schmeiß am besten noch Oder ich warte einfach mal, bis die hier hinkommt So Die kommt ja jetzt Da ist sie So Okay Frau Aha Das doofe ist halt Ich kann die Kamera hier nicht so gut benutzen Gut Aufpassen Jaja, die drehen sich gerne mal um Wenn die jetzt geht Ist sie fertig Ja Sehr schön Zack So, Mortal Strike Alles klar, Freunde Sehr gut Den haben wir doch schon mal Die haben wir doch schon mal gekillt hier Sehr schön Gut, da ist schon der nächste Dem schmeiß ich mal ein Giftreister hin Um den halt gleich abzulenken Wenn er wieder hier hinkommt So Hänge ich mich mal da oben dran Um das mal schön zu beobachten Was der da macht Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich die Leiche entdecken Ich gehe mal ein bisschen näher dran So, Freunde Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt Bei dem Tenchu Spiel hier Und Hab ich das jetzt verkackt oder was Da links ist noch einer irgendwo, ne Und weg mit dem Sehr gut Sehr, sehr Da ist noch einer Da ist noch einer irgendwo Okay, egal Hol dir den Giftreis wieder Sehr gut, Freunde So, bis jetzt ist es perfekt Bis jetzt ist es wirklich gut gelaufen So Der ist unten im Wasser Irgendwo kann das sein So, die Wo ist der Typ? Der Typ ist hier unten, ja Irgendwo im Im Wasser So, Freunde Der ist irgendwo da unten Okay Ähm, da kann ich mir jetzt hier die Schriftrollen holen von dem Wie viele sind das? Drei Stück Okay, drei Stück Mhm Okay Wo ist dieser Gegner? Kann ich da unten hin? Irgendwo in der Richtung, ne Oh, guck mal da unten bitte Da! Okay, da Alles klar Gut, der ist er Der ist ja easy Den kann ich in den Giftreis da hinschmeißen Gut Alles klar Wenn er wiederkommt Ist er fertig So, alles klar, Freunde Dann würde ich mal sagen Beobachte ich den? Nicht, dass er mich hier oben entdeckt, ey Das wäre krass, Freunde Gut Dann Nein, ein bisschen weiter weg Ein bisschen weiter weg, Freunde So Ähm Ich glaube, der ist jetzt fokussiert, oder? So Sobald der fokussiert ist, oder? Kann ich da hinspringen Und den dann Den dann töten Ja Jetzt ist er fokussiert Und Und Jawoll Das war doch gut, Freunde Das war doch saugut So Falling Rock Hier in dem Wasser Äh, darf ich mich nicht Laufend fortbewegen Weil dann So Vier Schriftrollen Sehr schön, Freunde Sehr, sehr gut So, die ersten Gegner haben wir hier Unentdeckt Unentdeckt ist immer ganz wichtig Und was haben wir denn jetzt hier noch? Jetzt können wir uns ja mal ein bisschen umschauen hier Gehen wir hier drücken Geht gar nicht, okay Schade Ähm Ja Kann man hier rein? Irgendwie Kann man hier irgendwie rein? Nein Moment, wo ist die Karte? Ne, die Karte So, den Bereich hab ich Alles klar Gut Gibt's hier noch einen? Ich möchte gerne alle mitnehmen Na, ich glaub nicht Oder? Das sieht nicht so aus, Freunde Jawoll Ja, wie gesagt Wie geht's euch so? Mir geht's sehr gut Freue mich mal wieder hier drauf Dieses Spiel hier zu spielen Und Warte mal Wo geht's denn hier lang? Rechts und links Okay Kann ich da oben drauf? Nein Kann ich nicht Okay Das ist blöd So Hier sind bestimmt tausende Leute, ne? So Der Anfang, der war ja okay Aber jetzt Jetzt kommt's halt Oh Gott Das will Wow Okay, und Sehr schön Oh Gott Was war das denn? Scheiße, Freunde Da hat irgendwer Alarm geschlagen Okay Aber es ist nicht schlimm Es ist nicht schlimm Ich wurde nicht entdeckt, Freunde Ich wurde Nicht Entdeckt Da unten ist der nächste Okay Sehr, sehr gut Bis jetzt So Ähm Kann ich hier drauf? Nicht hier runter Oh Gott Oh Zwei Leute Okay, alles klar Mhm Okay Gut Ähm Ich wollte eigentlich nicht hier runter Genau deswegen Genau deswegen wollte ich nicht hier runter Geh weg, Mann Hau ab, Mann Nein Nein Ah Ah, nein Ah Jetzt wurde ich entdeckt Jetzt wurde ich Jetzt haben sie mich Jetzt haben sie mich Jetzt haben sie mich Verdammte Kacke Okay, hau bloß ab Hau ab hier Ah Ah, Gottes Willen Ich schwer Ich schwer Geh mal da drauf Probier mal Mit dem Giftreis Den muss ich da wegkriegen Leute Den muss ich da wegkriegen Da hin Da hin ist nämlich der nächste Direkt So Alles klar Wenn es Einmal entdeckt Das wäre super Wenn ich das am Ende schaffen würde Ey So, der kommt auf jeden Fall hier hin Da ist noch eine Krass Da ist noch eine Da sind wieder drei Gegner Auf einem Fleck Leute, Leute Was macht der denn hier mit mir Ey Nein, der geht woanders hin Der geht da hinten Hoch Den kann ich da wegkillen Ne Was ist das für ein Bereich da Das ist der andere Bereich Aber Ja, der Giftreis Ja, komm Den lasse ich dann halt jetzt erstmal So Ähm Dann gehe ich anders Andersrum An die Sache dran Hier Andersrum Oh Gottes Willen Boah Da ist Da ist Die Stelle Die ich eben gesehen habe Moment Ich schmeiße den Giftreis Da hinten hin Und Hau mal ab Beobachte den mal So Ähm Der muss den essen Glaube ich Ja Alles klar Gut Und Ja Weg mit dem So Sehr gut Das hat zwar jetzt Ein Giftreis gekostet Aber das ist es wert Freunde Das ist es wert Ein Kill Ja Mhm Habe ich jetzt keinen Giftreis mehr Gut Ähm Das ist doof Aber Nicht zu ändern So Da hinten liegt ja noch einer Ne Da hinten ist die Frau Gut Da links ist noch der andere Typ Ich will nicht darunter Nein Ah Moment Ich kann Ah ich kann ja von ihr beobachten Wo ist der andere Typ Da unten steht auch noch einer Wo ist der andere Ich würde gerne wissen wo der andere ist Verdammt So Diese Bereich hier ist sowieso abgesperrt Ne So Moment mal Da ist noch einer Ich weiß dass da noch einer ist Wie läuft die So Okay Alles klar Ich glaube Jetzt kann ich von der anderen Seite rein Kann ich mir erstmal den Giftreis wiederholen Und die da ablenken Das ist eine gute Idee Freund Das mache ich so Ähm Es sei denn Die entdeckt mich jetzt hier Ne Wo ist der Ich habe doch hier einen Giftreis hingeschmissen Leute Wo ist der Ah da Okay Alles klar Gut Den haben wir den Giftreis Sehr schön So Sehr gut Nein Oh Die sieht mich durch die Mauer Ah Das habe ich jetzt Nicht erwartet Okay Dann muss ich es anders angehen Verdammt 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 Die sieht mich da durch die Mauer Das ist natürlich Hm Moment Ich habe eine andere Idee Ähm Spring doch da drauf Mann Die geht nicht da drauf Doch Jetzt Okay Ich habe eine andere Idee Ich kann den Giftreis Die muss ich dann auch opfern Da unten hinschmeißen Dann Ist die den vielleicht Ah die sieht mich Die sehen mich hier durch den Zaun Das ist doof Vielleicht sieht die den Giftreis Muss ich gucken Da unten liegt auf jeden Fall Irgendwas Ah der Typ da hinten Der nervt Freunde So Mal gucken ob die jetzt da Nein Schade Freunde Das Der Typ da hinten Das ist das Problem Der Typ da hinten Oder Nicht den Giftreis nehmen Ah Okay Nochmal beobachten Verdammt Weil die sich den Giftreis genommen hat Haben jetzt die entscheidenden Sekunden gefehlt hier Verdammt Okay So Gut Wenn ihr jetzt nichts mehr hinkommt Und dann wieder geht Zweimal springen Und dann Killen Ganz schnell So schnell wie möglich Und dann abhauen direkt Ja So Okay Ähm Ja Oh nein Jetzt hat der Typ sich umgedreht Oder Ich kann den Typen als erstes killen Das ist natürlich auch eine Möglichkeit Ne Freunde Ich kann den Typen als erstes Ja das Das Spiel hier Ähm Ist sehr strategielastig So Seht die mich hier Ich glaube nicht oder Ne ne Okay Gut Kann ich den ja jetzt gleich hier töten Den Kill ich gleich So Nein Okay Ne ne Die Okay Okay Die sieht mich Alles klar Hm Boah Krasse Krasse Routen Freunde Okay Dann muss ich warten Bis die wieder weg geht Und dann den schnell töten Und schnell irgendwo hin abhauen Vor allem So Gut Wow Was war das denn Hier bei mir war wieder irgendein Krach So Ich brauch diesen Typen da So wenn die weg geht Ja jetzt Jetzt Ich hab so Angst Daneben zu springen Nein Ich bin wieder daneben gesprungen Verdammt nochmal Ah Scheiße Verdammt nochmal Ich bin daneben gesprungen Okay Verdammt nochmal Ich bin daneben gesprungen Mann oh man oh man oh man Ich wusste dass mir das passiert Verdammte Kacke So aber ich hoffe dass es noch Dass es Dass das jetzt noch Die Grenze ist quasi Da unten Alter So Aber die Die ist ja easy Jetzt die krieg ich So Bisschen näher kann ich dran Okay Okay Und Oh ja Sehr schön Und Der da Der da unten Ey Verdammt nochmal Ja der da unten Der ist auch nochmal Nah dran Jetzt hier Okay Gut Alles klar Drei Schriftrollen Hat der hier auch Schriftrolle Nein Leider nicht Gut dann kann ich nicht drauf Boah Scheiße Freunde Shit So dann jetzt Diesen anderen Typen da So Was macht denn der da So Boah 78 Irgendwo da rechts Ist der Moment ich glaube Dem kann ich ganz einfach Den Giftreis Dahinschmeißen In Slowmo Am besten noch Ja So Oder was Was macht der da unten Ich sehe den doch noch Nicht mal Was macht Hä Wieso Wieso dreht der sich um Sag mal Verdammt nochmal So jetzt aber Jetzt hau aber ab Ey Hau doch einfach ab Na verdammt nochmal Warum hat der sich da Umgedreht Warum hat der sich da Umgedreht Anstatt Wieder den Giftreis zu essen Da unten ist er Der soll den Giftreis essen Und sich nicht Umdrehen Mann So komisch Manchmal Ey wirklich So komisch Manchmal Der hat den Giftreis Nicht essen Nein Ach Verdammt Ich hab jetzt gar keinen Giftreis mehr Egal dafür hab ich den Kill Was Hol dir die Die Schriftrollen So Mann ey Penner Hat er mich echt Entdeckt da Ja gut Ich glaube Da rechts rum Ich glaube ich gehe hier geradeaus durch Ne Ja Das mache ich Ich gehe geradeaus durch Und Och da hinten ist hier direkt einer Oder was Was ist das hier Freunde Oha So Lauf mal hier hoch Kann ich mich hier irgendwo hin Hier Okay Da Alles klar Das ist aber ein Easy Kill Das ist aber ein Easy Kill da Karnevalsmaske Er dreht sich nämlich dann wieder rum So jetzt Und Und Weg mit dem So Das ist easy So Falling Rock Zack Nein 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 Wo denn schon wieder Um Gottes Willen Leute Wo denn schon wieder Irgendeiner hat da Irgendwas Ach da unten die zwei Da unten die zwei Okay Ich verstehe schon So Ich habe aber leider nichts Ne Oh Okay Wow Wie soll ich das denn machen Leute Aha Okay Das heißt ich muss auf die andere Seite Da So Boah Heftig Das ist heftig Freunde Okay Dann mal auf die andere Seite Der Eben der war ja echt Easy Kill Ne So Okay Ich kann ja noch von anders rein Ich kann ja noch von da oben rein Soll ich das lieber machen von da oben Weil hier sind so viele Jaja ich gehe lieber von da oben rein Das heißt dann gehen wir zurück Ah nein Das war doch blöd So jetzt Aha Und Ähm ja Das Ding ist Freunde In ein paar Minuten geht meine Uhr an Und ich weiß nicht ob es hier einen Bosskampf gibt Moment was ist Ah ja das ist hier hinter ne Ja ja genau Deswegen äh Ja ich denke mal dass ich das Level in zwei Parts cutten werde Aber jo Boah das Spiel macht so Spaß ne Auch wenn ich hier wahrscheinlich wieder Die Statistik Kein Großmeister geschafft habe Aber vielleicht ist ja wieder ein Ninja Profi oder so drin Wer weiß Oh ohne Items Kein Abgrund Ich dachte schon das wäre ein Ah Da unten Hm Okay Gut So Freunde Wenn er sich rumdreht Ist der weg Nein Jetzt hampel doch nicht da rum Mensch So Jetzt Jetzt Ja Sehr schön So Mortal Strike Geil Okay Da kommt Noch einer irgendwie Okay Weg hier So Okay Gut Freunde Sehr sehr gut gemacht Gut gelaufen So Hier kann ich drauf Das ist schon mal gut Gut Okay dann bin ich jetzt hier in diesem anderen Bereich Da rechts ist einer Da links ist einer So Dann So Nein nicht umdrehen Ach man Leute Verdammt Nicht umdrehen Geh weg Geh weg Geh weg Verdammt nochmal So Geh weg Geh bloß weg hier Ah Hat er sich umgedreht Ja ja Das ist Das ist immer gefährlich Freund Das ist immer gefährlich Wenn die sich umdrehen Hier Und wenn ich nicht warten kann Vor allem So Der ist da Okay Ich sage Wenn er sich beruhigt Ja toll Jetzt ist der natürlich Verbuggt Ist klar So Was macht denn der da Was macht denn der da Ich sehe gar nichts Leute Geht der wieder auf seine Route Oder was Ah Der geht jetzt wieder auf seine Position Okay Alles klar Da links der Typ Der nervt Da ist noch eine Frau Da links Alles klar So Leute Kann ich da hinten drauf Ich will Ich kann es erstmal nicht testen Wegen der Tussi da Aber Ja Ich würde gerne Ja kann ich Sehr gut Okay Alles klar Freunde Dann kann ich mir jetzt hier mal Ein bisschen Besseren Überblick Verschaffen So Da ist der andere Typ Da Oh Voll da rein Och nö Leute Nein Das war Das war wieder Das war wieder Das war wieder Typisch Gut Freunde Aber wisst ihr was Die Folge Ist jetzt so ziemlich genau Eine halbe Stunde alt Ich würde mal sagen Ja Mit diesem Fail Verabschiede ich mich Für euch von heute Und Wir sehen uns dann In der nächsten Folge An der Stelle Da wieder Und Ja Würde ich sagen Wünsche ich euch noch Einen schönen Abend Oder schönen Tag Und wenn es euch gefallen hat Das doch gerne Ein Like oder Abo Da würde mich sehr freuen Also Tschüss Tschüss Und